sieben uhr und wach im dschungel wird gleich abgeholt und fahren dann raus auf den stausee gestern nacht noch kalt geduscht wir haben hier nur kalte duschen und es ist generell ein bisschen kalt weil hier im dschungel ist es um einige grad kühler man sieht jetzt nicht so viel ich drehe jetzt gleich da noch mal die kamera um mir er redet ist und mir leistet es ist es ist es ist einmal eingeladen Wenn you feel like a burden, let's somebody take it all. In my life I've been someone, been someone, been someone from them I have tried to run, tried to run, tried to run. Look away, don't look at me. I'm not who I thought I'd be. Yes, I knew that it's enough. Still, I fight himself. So, jetzt geht's gleich auf den Lee mit dem Boot. Jetzt müssen wir hier jetzt noch Parkticket kaufen. Der Park, Nationalpark, kostet nochmal 300 Baht Eintritt. Und die Tour mit Übernachtung und Verpflegung haben wir pro Person 2500 Baht bezahlt. Und da ist eine Nacht auf den schwimmenden Häusern inklusive. Und es ist warm, wenn jetzt sogar zu sagen, es ist heiß. Ganz im연ann in die Woche. Dag. Ende 스터�fern kaufg Paleale Bye bye. Bye bye. Richtig. Nori Eloрист war die 76 Was? Was do you want? Only one? Do you want me to put it back? Do you want me to put it back? It was never that far away. I was never that far away. All my life I've been someone, been someone, been someone. So, there are still no 50 minutes left. Yeah! All my life! End it! Stop it! I'll kill you! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Drop it! Let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist unglaublich schön, ja. Da ist es, ich glaube, seht ihr das? Schlitzeklein Das ist, ich glaube, seht ihr das? So Freunde, wie hat euch der Flop jetzt gefallen, aber der Tag ist ja noch nicht zum Ende. Ich bin aber echt jetzt nicht so fertig und müde. Vielleicht kommt auch gar nicht mehr so viel. Oh, I spit fire Oh, I spit fire And down your core Feel me, feel, feel me And hide You say Well, I call you bluff and make your tears sit by You think you can come and take control Oh, I spit fire Oh, I spit fire Und dann schönes Abendessen. Ich habe Hunger wie die Sau. Es hat schon ein bisschen Energie gekostet. Hat dir der Trip gefallen, liebe Yvonne? Super. Was hat dir denn am besten gefallen? Das ist die Schlammschlafen Die Schlammschlafen Die Schlammschlafen? Schlammschlafen Mit wem? He? Ehrlich? Ich habe mich nicht mitbekommen. Und dir, liebe Chanet? Ja, ich fand es super schön. Ja? Abenteuer Ein Dschungelbord, die Bäume, tolle Energie, super klasse Kleiner Geheimtipp war das, ne? Hey, Griechenland Hallo, kleines Interview hier. Kommen Sie mal zurück Ja, er fand es auch gut Ja, er fand es auch gut. Ja, super, ey Ich glaube, ich habe einen zweiten Bar in den Reisband Ja, das war's, okay Ja, das war's, okay Oh, oh, oh Oh, okay Tag, ich bin So Dreckliche Schubas, ey Ahh Sauber Sauber Und der Abend geht zu Ende und jetzt hänge ich schon wieder, die ganze Zeit hänge ich mit meiner Jacke. Wir danken Dimitri. Er hat hier eine Runde geschmissen. Mein neuer Freund aus Berlin. Und wir haben jetzt hier ein paar Bierchen getrunken und Yvonne ist auch total lustig drauf. Ja, die hat ganz, ganz viel erzählt und hat auch Bier trinken wollen, aber hat es sich anders überlegt. Und jetzt gehen wir mal schon ins Bett. Wir haben jetzt wieviel Uhr? Vielen Dank Pablo. Ciao. 21.10 Uhr. 21.10 Uhr haben wir und wir gehen jetzt ins Bett. Wir sind echt fix und foksi, richtig müde. Die Dschungeltour war anstrengend, oder? War schon ein bisschen anstrengend, oder? Ja, schon. Martin hat sich zweimal gelebt, wenn wir da mitgegelt sind, oder? Ja, war sehr geil, war sehr geil, habt ihr ja jetzt gesehen. Und wir tun auch Knochen, Muskelkader. Ich glaube, dass ich morgen einen Muskelkader haben werde, ja. Sehr gut. Die Schienbeins haben alles. Naja, aber es war richtig, richtig, richtig toll. Hier sitzen noch ein paar Leute. Da draußen unsere Boote. Und da hinten sind ja unsere... Ah, die gehen bestimmt noch bei der Thai-Party hier vorbei. Die Thailänder haben nämlich noch Whisky. Okay. Gute Nacht und schön, dass ihr dabei wart. Und dann haben wir noch eine Beziehung. Das ist dann noch ein paar Tage. Wobei dann selber weiß man hier nicht. Oh, oh. Do you speak Thai? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Wow, das ist das. Wow, das ist das. Wow, das ist das. Wow, das ist das. Oh, das ist das. Vielen Dank. Deine Birn-unden-unden-unden-unden-unden. Ich komme aus Jürimann. No, she drink only whiskey. So, jetzt hier kippt das Ding irgendwie um. Maybe you too heavy. Ich glaube, wir sollten die Schwimmwesten mit ins Zimmer in die Hütte nehmen. Das ist ja nicht normal, oder? Warum geht das? Sehr glücklich. So, Yvonne kriegt jetzt noch ein paar Riesen-Tiger-Schrimps. Sind das Schrimps? Ja, aber auch nicht. Ich bin auch sehr glücklich. Ich war hier noch spontan. War eine thailändische Firma noch mal eingeladen. Ich war eigentlich hier nur, bin spontan vorbeigelaufen, kurzes Gespräch und dann haben die mir gleich hier ein Whisky angeboten. Und jetzt kommen hier die Mädels und machen sich gleich hier noch mal den Bauchbohlen im dritten Gang. Haben hier schon zwei da vorne gegeben. Moment, das habt ihr mal eins. Das hab ich ja schon klar gemacht, bevor wir überhaupt zum Essen gegangen sind. Hab ich ja mit ihm schon alles klar gemacht, dass wir heute Abend kommen. Also bitte. Okay. Das habt ihr mir zu verdanken. Aber es ist trotzdem schön hier. The friends from Thailand make a holiday party. Holiday party. Yes. And the Rock'n'Roll Gang sit here. Yeah. On stage. Wow. On stage. You sit down, my friend gang. Wait, 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 wait. Where can I sit? Here. Yes. My friend gang, my friend gang. ... ... ... ... Mr... ... Teh. 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 Teh, yes. Teh is bird in France. In France. But today, my mother is fried to Thailand. And you? Every day is loud. Yes. And you are the Mr. what? Mr. Tom. Tom. Tom, Tom. Yes. Okay. And I'm the Mr. Makassu Makassu. Yes. Mr. X. Mr. X. You want Mr. X? Sure. X. X. Tom, Tom. Big, 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 big. The big daddy. Every day is speak English. Need noise. Why? German? No, no. German? No, 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 no. Boys. Good. Here are the girls. Hello. And here, boys. And the big gang. So bye-bye, Marcus. You stay with the boys. Yes. We sleep all together. Ringelpitz mit Anfasen. Nice to meet you. Nice to meet you too. And then, you have been long Makassu. My wife Makassu. Another year Makassu. He can laugh. No, 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 no. Voll Mondnacht heute. Mondnacht. Happy, happy. Happy, happy. I don't, you know, name. What's your name? Where's my whiskey? No, give me my camera. Whiskey on the rocks. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Big Daddy's playing. Big Daddy's playing. I can't play. 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 My darling. I have all to talk. Something you used to do. And now I say, I'm going to live in the Brooklyn Fly. I bought a world in Las Vegas and told me why Don't you love I get drunk. You say you'll never eat. You say you'll never go. Oh my darling, why do I love you so? Oh my darling, why do I love you so? Oh, Makass! Hey! We love it! Very nice! Morning, 6.30 Uhr im Dschungel und wir schauen uns jetzt das Spektakel an des Sonnenaufgangs, der hier wunderschön sein soll. Und es war noch so lustig gestern, aber auch ein bisschen viel Whisky. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Tag. Und all that I was, the scarlet and dust under the flood. The power of the curse coming undone Under the blood And I'm born again